einen wunderschönen guten tag zu einer neuen folge jump and run hier auf dem tt kanal mit dalu flocke dauto alex und der kapuze spielen zu dürfen ich die map kenne jetzt tatsächlich nicht ach so die kennt ihr nicht ich habe den schweren weg ich habe keine ahnung ich habe den schweren weg ja mit den extender oh gott ich sollte ihn nicht nehmen kaputt das ist auch nicht geschafft also normalerweise schaffe ich immer alles aber das gerade nicht außer dass das habe ich jetzt nicht wirklich die raketen sind lenkraketten also nicht grüne sondern fast rote oder wie ich bin letzter ich bin es ist immer lustig auf den letzten zu gehen ich weiß nicht wie der funktioniert du musst auf eis stehen und schiebt du musst auf eis stehen und schiebt also das grüne ding danke ok ich versuche den abkürzenden ding nicht mehr alter die abkürzung ist zu random ja gut aber dann lohnt es sich ja wieder nicht ich habe sie nicht bekommen wenn du frech bist abkürzung kannst du jetzt gut machen wer auch immer hinter mir ist das ist das schon wieder aber ist das denn das ist ja asi ja wie lange ist der denn wie lange ist der denn was ist das denn das ist der das ist also das ist das du bist der starlood chips oh Gott der der du 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 Ich bin Doppelsprung! Wer hat gehoben? Noch keiner! Alter, wie wir ja alle zusammen sind! Ich hab mich selbst abgeschossen! Ja! Ich konzentriere mich und rede auch kaum! Oh, dieser Homing-Mister ist viel zu stark, ey! Okay, so try a hard then! Blocke, kann man zurück? Nein! Oh, Schatz! Hau dort, das Rennfassaut mit deinem Homing! Irgendwas! Oh, jetzt ging der Doppelsprung wieder nicht! Ich hab jetzt aber leider nicht drauf geachtet! Ja, ich hab jetzt nicht drauf geachtet, was ich getan hab! Alex, der geht in Gefahr! Hä? Was? Ey, Dalu, dafür kriegst du erstmal hier ne Rakete, ey! Flock ist hinter mir, ey! Nicht, dass du das gehst! Loll! Hä? Ich schieß nach vorne und es geht nach hinten? Was ist das denn? Ja, ich hab an einen anderen gehuckt! Ja, würdest du das, wenn ich nicht gemacht? Böde, du schmeihst! Hahahaha! Ich haus nicht! Nein! Da kommt es noch! Ohhhh! Ja! Alter, hau dort, du bist so nervig, ey! Unglaublich! Hä? Fassi? Ja, du musst mich auch nicht hauen! Ich hab den Grund nicht! Ich wollte dich nur begrapschen, weil ich... Ach so! Von ganzem! Ja, weiss nicht, ich weiß nicht, wie die Hook funktioniert irgendwie! Du zielst auf einen und legst linke Maus und du musst sicher... Ja, aber was heißt denn zielen? Ich hab ja kein Fahnenkreuz. Wenn ich die Hook habe. In der Mitte des Bildschirms, in Weiß. Ja, aber wenn ich die Hook habe, dann hab ich so einen komischen Kreis, so einen großen... Das ist dein Fahnenkreuz. Ach, das ist... Oh Gott. Der Gegner leuchtet sogar grün, auf den du zielst. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, Dallo. Bleib mal stehen. Ist egal, ich hab ein Stehen. Bleib mal stehen, du Schätzle. Okay, ich bleib stehen, Dallo. Ich bleib stehen, Dallo. Okay, 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 wo bist du hier? Alex, du... Warte, 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 bleib stehen, bleib stehen. Du hast verdient, du hast mich zweimal vom ersten Platz runtergeholt. Hast du den runtergeholt, Dallo? Scheiße, du bist doch... Ich hab dich gehookt. Nichts Letzte! Woo! TauTau hat da alles versaut hier. Nächste Runde alle auf TauTau. Voll geil, ey. Drei Mal holt er mich vom ersten Platz, ey. Und er kommt nicht mal mehr ins Ziel. Doch, hat er. Warum rückst du mich denn noch? Das war Panda easy. Aber im letzten Moment TauTau, ne? Schön. Das Panda Baby. Da hoffen wir, dass der Map-Change uns denn hier. Das hat das Panda-Bärli. Oh, Mann. Oh. Ein sehr geiles Spiel. Das Spiel ist super. Auch wenn ich's nicht kann. Aber lustig ist es. Das Spiel ist super geworden. Ja, ich kann's trotzdem nicht. Ich bin in sowas echt schlecht. Gemacht von den Elster-Leuten, Leute. Genauso wie Speedrunners. Das kann ich auch nicht. Das find ich auch... Das gefällt mir auch so gut. Speedrunners ist schon tolles Spiel. Ich bin eher so Ego-Shooter. Ich weiß auch, den bin ich auch nicht gut dran. Ego eher? Speedrunners Rump und Mario Kart sind so wie Worms. Die freundliche Zerstörer zu nix. Neu auf, Mann. Ich hab das Problem, gab's damals auch schon so. Alles da. Dann haben wir einen großen Cut. Und bis gleich. Und da sind wir wieder. Nächste Map. Alle sind auch dabei. Iiiiih. Die Map kenne ich nicht. Oh. Oh. What? 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 Hä? Der Boden ist Gift. Der Boden ist Lava. Geh langsam. Nein. Ich geh auch langsam. Nein. Oh. 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 Oh fuck. Hä? What the fuck? Ich verstehe die Map nicht. Ich bin zu doof. Ah. Okay. Ich komm hier nicht durch. Aber die Idee ist geil. Sieht doch nice aus. Es sieht nice aus. Die Idee ist echt geil. Oh. Oh ne Wand. Oh. 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 Was ist denn jetzt? Hey. What? Wo ist denn jetzt der Boden? Nein. Da nicht. Alter. Ach so der Boden. Ey. Wo ist denn der Boden? Ey. Was ist das denn? Oh shit. Jetzt hör mal auf. Du träumspiel. Na ja. Das ist echt viel. Okay. Warte mal. What the fuck? Wie? Hä? Nein. Das war schlecht. Hä? What the fuck? Wo ging's denn hier weiter? Oh man nein. Okay. Ich komm hier nicht durch. Oh. Okay. Man muss die Map halt echt kennen. Also gerade die muss man kennen. Ah. Ja. Aber die kennen wir alle halt nicht. Ja ja. Genau. Da vorne läuft Umberto. Und was? Ihr seid doch nur mit Lucky hinten durchgekommen oder? Are you kidding me? Hier weiß ich nicht mehr. Nee. Nein. Ich war auch durch. Nicht an der Stelle. Oh Talu. Das war nicht nett von dir. Ah. That's the game. Ich weiß nicht wie man da durchkommt. Oh Gott. Ich bin schneller als er. Ich danke ihr Seiten. Du musst gucken. Wenn du da stehst. Wo am Anfang grün ist. Der Stern ist easy. Ah nein. Das ist ja einfach. Wer ist der größte Populata? Kondra? Ja. Jetzt habe ich mich auch fallen lassen. Jetzt hat bei mir der Sprung gebackt. Hä? Ja ja. Ja ja. Ja das ist manchmal tatsächlich. Nein das ist nicht so. Ja ja. Ja. Ist dir ein Unterschied hier oben? Ah. G'sliya. Hast du es gesehen? Nö. Nicht zurückschießen G'sliya. 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 G'mowowowowowow. G'sliya. G'sliya. Pui. G'sliya. G'sliya. G'sliya Launch – G'sliya – G'sliyaaishahhésitezillah. G'dahmotentechnikpa. Nein! Einer zu viel! Du auch, ne? Okay, jetzt easy! Ding, 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 ding! Lauf doch ne Runde kaputt! Du bist schon im Ziel? Bin ich ja schon im Ziel. Er hat uns ja überholt. Keine Chance. Oh, was? Der Stern ist... Was ist das denn? Der Stern ist gar kein echter Stern, das ist ein Fake-Stern. Unterfallen schützt sich bei Mario Kart auch nicht. Oh, okay, also ich... Nicht? Und dann, was willst du machen? Willst du auf der Erde weiterfahren? Natürlich! Ich brauche leider noch ne Runde. Oh, scheiße! Wir dritten auf den Runden! Also, so schwer waren die nicht. Man muss sich schon merken, wo man hin muss. Naja, hat er gestern 2 Stunden trainiert. Nichts! Das war auf jeden Fall ne weitere Folge Jump and Rump. Falschrum. Wenn es euch gefallen hat, ein Like da lassen, morgen um 20 Uhr wieder einschalten. Und bis dann! Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!